ich hab schon akzeptet dafür brauche ich noch mona hey monado alliance raids ohakali gruppe monado wendy ach du scheiße ich habe keinen bock mehr auf mein ist es mein porträt kaputt monado porträt kaputt was bin ich ich bin a dich fick ich kann sie aber trotzdem mitkommen kollege schüttchen monado ins gesicht treten also andere tanks ich möchte ja nicht sagen dass ich meinen job erfüllt habe ich habe meinen job erfüllt hey ich habe ihn gestern the fuck what the fuck ich habe ihn so ins gesicht getreten wie manuel neuer ich habe kein gesicht wird noch nein das problem ist ich habe auf den level noch keine patronen ausgaben für auch ich monado traurig monado sprint muss meine waffe ziehen aber hier hat mir beim weltrekord simon erinnerst du dich den brauchen wir wieder würde alles dran setzen finde alles fast pull der habe ich perfekt allein den boss na gut ich lasse ihn so stehen du kehrs ups habe ich verklickt naja oh 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 so ich ich denke ja ich war gerade kurz in der dd rolle es tut mir leid so ist das tut mir tatsächlich aus der seite leid so ist es hinbekommen ja 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 siehst du wo warum beschwerst du dich der fack simon der fack get galt den pinken mann ist ja gut ich habe unheimliche schmerzen sie machen dass es auf habe 26 ok ich habe zwei blicke das leid das tut mir ganz schön leid für das schon wie wäre ich nicht zweimal in der selben so bestehen sollen naja wenn er jetzt auch hier ja in der zahl an dass es wehtut oder jetzt stirbt let's go monadouan das ist alles behalten sind ich hole dich sowas von einem wer mich auch immer überholt hat ja ich habe einen eiskaffee ausgeschüttet alles in den mund nicht auf den ton ich bin der anführer dieser ganz dieses ganzen welt deswegen laufe ich nicht mehr ganz vorne du blöder wichser was ist denn kommt immer noch in die wahl engage nein 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 du machst hier gar nichts haha gefickt habe ich dich das ist die perfekte welle das ist der perfekte tag da 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 ich habe nicht gekriegt bekommen naja ist schon feinlich monadouan patroule monaten monaten monado auto jetzt ein eiskaffee wäre nicht ganz geil not gonna lie ich wusste die bohnen wirklich bestellen die ich bestellen wollte es gibt kolpfuhbohnen von wie heißen die macht er nicht zwei portale stark stark leute stark wir haben portale geskippt als ich meinen durchfall hatte wir ziehen da weg ich glaube die heißen beserker koffe oder sowas sie sollen richtig guten kultur haben glaube ich muss ich mal kaufen ich war auf reddit würde ich jeden tag aber ist eine andere geschichte und die mitarbeiter sind deswegen richtig am husteln einfach nur wegen der collab nach der one gab es schon läden die keine codes mehr hatten und das ding ist du musst ja drei bubble teas kaufen um einen code zu bekommen und den schlüsselanhänger heißt aber dass du alleine an sich es war ja nicht so gedacht dass du drei drei alleine kauf sondern ein für dich und zwei für zwei andere jetzt aber wenn wir beide hingehen würden würden wir sechs kaufen in dem sinne und dadurch sind die so mega am husteln gewesen und trägst jetzt auch nicht drei bubble teasel dann an der weg meine dumme cola oder ist eine dumme kohle ja und wir haben alle keine codes macht das problem ich kann mir sogar vorstellen dass einer das 20 gekauft haben die anderen keys zu verschärbeln ja sondern auch in jetzt ich monado springt stark sieben stark du hast es begriffen was hier läuft wir müssen uns den weltrekord zurückholen es hat bestimmt dieser eine typ dieser eine vtuber wir müssen wir schlagen wir müssen ins gesicht scheißen monado weltrekord wir sind links erst mal auch schön wolfsbahn klieren auf eigentlich was wir klug sein dem wolfsbahn lassen wenn du siehst dass keiner reingeht in dem berlin musst du mit bernie gehen müssen schnell sein und lecker perfektig er ging wirklich fixe atmos es ist wirklich fast jungs und mädels jetzt blitz kill auf zählungs disco mein monadus begreizt mein monado hat hunger einheitsbegriffen gut sieben gestolz ich weiß dass sie main tank ist es mir egal es ist mir egal das kann ich sagen das ist auf jeden fall mir egal da ist eine magensäure medien will ich maxi kann gerade nicht bin auf dem welt record das ist wirklich weggekommen ich muss mich gerade hart konzentrieren und 12 everything for the world record aber ich lese gleich gibt mir eine minute zwei minuten zwei minuten noch ein wolfsband jetzt reizt aber auch ich schreck mich bei solchen spielen immer ab dass der bildschirm einfach zu 50 prozent bedeckt ist mit irgendwelchen informationen es geht eigentlich die ganze rechte seite kannst du ausblenden die ganze linke seite kann ich gerade ausblenden fast und da ist ein wolfsband den bruch ich habe immer noch kein dash mach mal mach mal holt nicht die chains die krise so alles auf severus du magst diese ganze rechte seite hier kannst du komplett ausblenden den chat kannst du meistens ausblenden die live habe ich ja von den gepackt weil ich ja gerne hin gucke und hier ist meine akkronische dies für mich jetzt noch wichtig und die abilities die sind tatsächlich irgendwann in der massen und sie ist dass ich die obere leiste zum beispiel die verwende gerade oder die zweite leiste fasst und auf dem boden musst du zwischendurch raufgucken aber guckst du sowieso wenn man muss es einfach nur auswendig lernen hier gibt es kein skill cap das skill cap ist wie schnell kannst du das auswendig lernen stepp monado speedrun let's go last boss komm 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 war juli lauf steche 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 yes monado pull monado pull monado pull monado pull egal ob jemand katz ihn guckt das ist ein black mancher katz ihn guckt ist mir egal alles für den pace also black mancher katz ihn guckt aber einfach nur weg aber gar nichts gemacht hier in der wolkenphase müssen wir die wolken killieren oder so per se ach scheiß jetzt gepackt jetzt dankeschön dass ich einen benedikt bekomme danke 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 sie hat mit du hast getroffen respekt an die frau ja ich hör auf sie zu klären für zwei sekunden die sich komplex über die ist 123 123 und dann 44 4 ob für nicht mmo spieler klingt das wie eine telefonnummer 0 und dann wieder 1 4 1 2 1 2 3 4 4 4 5 5 6 5 6 7 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 9 10 10 20 11 22 11 23 23 20 25 Vielen Dank.